Ich habe heute nicht verkackt. Herzlich willkommen zu Wirbemalen iPhones. Ich habe diese coolen Videos gesehen. Und dann habe ich bei uns im Schrank gesucht. Wir haben noch so viele alte Handys von meinem Bruder, von meinem Papa. Heute darf ich nicht verkacken, weil heute bemalen wir mein allererstes Handy. Das habe ich mit 18 bekommen. Ich kriege nie die Flasche raus. Und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich musste erst mal 1000 Schichten weiß drauf machen, weil das Handy ist schwarz und man sieht gar nichts. Mir ist auch aufgefallen, immer wenn ich mich konzentriere, mache ich meine Zunge so komisch raus. Ich denke auch Yoshi. Beim ersten Mal habe ich die Skizze verkackt, diesmal nicht. Mir ist auch aufgefallen, ich kann nichts machen, ohne Musik zu hören. Ihr denkt so, halt die Klappe, konzentrier dich, ich bin fast fertig. Das ist das fertige Handy. Was als nächstes? iPad oder Handy. Ciao, gagao.